tryhard plus was geht youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier in der black ops 3 woche leute schönen tag wünsche ich euch und heute spiel anton ich mal was was ihr von uns gar nicht kennt und zwar machen wir ein shotgun only live video ich glaube das wird richtig krass aber wir werden jetzt nicht auf wann wie lustig abpacken sondern wir werden richtig alles geben gucken wie gut die runden werden let's go so leute auch guck mal anton das machen wir jetzt nicht kill damit machen wir einfach so das macht übel spaß im übrigen mit shotgun zu zocken sehr gerne in dem spiel ja klar wie ich da versuche vorzudrängen so hier ist schon ein bisschen muss man schon ein bisschen tricky spielen ich nehme hier den kantensleid lieber oh mein gott hinter uns noch einer oh mein gott ich habe ihn so quicks gott ich mir ist aufgefallen seit ich fort gespielt habe spiele ich mit shotguns anders ich mache mal dieses quickscope jetzt digga dieses ganz schnelle weißt du ich schwör das ist richtig lustig den holen wir uns verspreche ich euch dass wir uns den holen oh mein gott digga was mache ich mit denen nein schade digga ich hab noch fast einen geholt komm was halt ich hab 3er streak mit shotgun 4er streak 5er streak drohne das ist wieder welt mit shotgun sagst du schon na komm digga dann kommst du der ist einfach unter mir lang gelaufen ich brauch 3 kills komm mal nach außen wie im tunnel tempest hab ich da mal reingeschossen auch diskret mhm lecker wie du nein das ist ein enc lift noch einer nice schön gerettet nein anton nein ich hab 130 punkte vor orbi der tempest lädt nicht auf der tempest lädt nicht auf digga was für ne nein ich kann ein speed machen nein digga da kamen 4 leute ne digga er campt die ganze zeit rum nein oh mein gott was hat der für mir eine schockwelle gegeben digga was das hab ich ihn so in den rücken geschossen das war wie so ein donnerkanone grad donnerkanone digga das ist wie ein wort für 80 wir müssen doch unbedingt ein zombie video aufnehmen für diesen monat ein zombie video ich hab übelst Bock bo3 zombie ja zum beispiel können wir machen anton ich hab noch nie er hat auch KM aufgehoben er hat deine KM aufgehoben anton ich hab noch nie so gut gezockt ne also so gut hab ich mit shotgun noch nie gespielt alter jetzt werd ich auch immer geraped digga wir werden immer gleichzeitig geraped wir sind beide 17 7 oder so 17 11 stehen wir beide exakt grade ja eins am 4 tot am stück alter wir werden aber schon mal wie wenig punkte wir haben uuuuh uuuuh uuuuuh uuuuh uuuuh ich hatte grad so nen anfall wie noch nie in meinem leben glaube ich hahaha digga das war so kurz in mein zunge war so weit draußen wie so ne dampflocke alter dampflocke dampflocke heißt das dampflocke was ja klar lock ich dachte lock ist ja der boss wie segar jetzt reicht es aber Das war's komplett. Hast du ihn angehittet? Ja, ein bisschen. Also, nee. Doch, doch, hab ich. Weiß nicht genau. Also, wär ich gestorben, hättest du ihn nicht angehittet, glaub ich. Nein, Hitmarker. Digga, das ist so krank, man. Ich will getripptes Hand. Guck mal, wie wir verlieren, Digga. Das merk ich jetzt erst. Ja, übel ist, Digga. Deswegen werden wir auch geraped, man. Die Runde endst geil, Digga. Oh, nein. Jawohl. Er schießt echt mit der Benji. Wo ist die feindliche Drohne, da? Drohne zerstört. Das ist unsere. Benji hat vorgesneakten, der den Spawn. Okay, das ist fast perfekt. Nice. Killer gewonnen, sagst du? Ja, ich hab so getriertet, Digga. Echt jetzt? Ich hab gar nicht... Echt? Ich hab da wirklich die Runde gar nicht drauf geachtet. Nee. Ich hab jetzt für die Ehre, Digga. Wie er gelaufen ist. Ja, Digga, du hast ja vor ein paar Tagen Skill-Duell nur 1 gewonnen, Digga. Genau, Digga. Das sitzt noch ziemlich tief im Nacken, Digga. 1-0 hab ich gewonnen. Äh, 2-0 hab ich gewonnen und du hast auch deins 2-0 gewonnen. Ach, das war's. Stimmt, du hast 2-0 gewonnen, ne? Ja. Ach, direkt nochmal kaum weinen, würd ich sagen. Ich nehm jetzt lustige Streaks mit. Ich nehm jetzt Drohne, Vorräte. Ich nehm jetzt Haymaker, Marcel. Und ich nehm jetzt noch... Brecki, brecki, ist auch lustig. Brecki, brecki. Dann nehm ich Techniker mit. Mann, ich hab jetzt 3-mal hintereinander die falsche Shotgun ausgelegt. So, jetzt Haymaker. Hast du auch diese ganzen DNC-Tarnungen? Digga, Anton, ich hab auf dem Account alles, weil ich die AN noch ziehen wollte. In dem Stream hab ich alle Sachen bekommen. Hier zum Beispiel für die Waffe, Leute. Da seht ihr das, ich hab alle Tarnungen für diese Waffe, für alle. So, Leute. Nochmal Combine, aber es muss auch einfach so sein. Bei Shotgun. Jetzt gehst du mal da lang, jetzt geh ich mal hier lang. Das war direkt auf mein Untergang. Ja. Einer ist da im Head, bitch. Och, Mann. Okay, ich konzentriere mich jetzt an. Wir haben nie auf irgendwas gehofft, wie, dass du jetzt gerade stirbst. Echt? Ja. Warum? Weiß nicht, Digga. Gestorben hat alle kaputt geschlossen. Ah, es wird ein Double Kill. Läuft bei dir mal locker. Digga, das Ding ist, du kannst wirklich, ohne langer Lauf ist es wirklich schlimm, Anton. Ist es richtig, ist es richtig schlimm ohne langer Lauf. Och, Turn-On, Digga. Ja, das war mein Comeback, Digga. Jetzt, jetzt bin ich wieder da, Digga. For fuck's sake, Ammoner fucker. Wann hast du das nochmal gesagt? Ja, in der Eiskeiten- Oh! Nein, auch den, der ist krank. Was hast du in einer eiskalten Fußball-Challenge gesagt, was ich gerade gesagt habe? For fuck's sake, Ammoner sakaran, hast du da genau so gesagt. Nein. Hast du gesehen, wie ich ihn hingerichtet habe? Ja, eine Zeit lang haben wir da immer so can't be asked und so gesagt. Can't be asked. CBA. Tor ist immer. CBA, wenn ich im Flugzeug bin, denke ich immer an CBA, weil die Sitze so nummeriert sind. Es steht immer CBA. Wirklich, Digga. Ey, ich geb auch ihm Hitmarker, Mann. Das ist doch lächerlich. Aber man gibt wirklich krass Hitmarker, ne? Das ist wirklich heftig. Auch mit langer Lauf. Ne, ne, nur ohne. Wow! Wow, der hat mich gut weggemacht. I feel good. Ah, stattfalle. So, ich hol meine Vorräte rein. Ich habe hier Techniker, damit ich die einmal verändern kann. Gangster. Nein! Oh, Digga, ich bin auch von Shotgun geworden. Ich meine, bitte, ich beschütze dich, aber bitte. Wie ängstlich du das gesagt hast. Ich beschütze dich, aber ich habe links von dir. Oh, den Dart. Martin Schindler-Style. Alter, was ein Hitmarker im P2 drin, Digga. Aus einem Meter Hitmarkers gibt es doch nicht. Ich benutze Fick-Normo. Kurz, ich weiß noch, wo wir bei dir, wo ich als erstemal bei dir war, wo wir in Bayreuth in der Fahrschule waren. Und ich habe keinen überhaupt verstanden, was der Typ gesagt hat, Digga. Das war krass, wirklich. Das war echt lupenreines Bayrisch. Boah, ich will ihn so ins Gesicht geflogen. Ja, da habe ich den Führerschen das erste Mal angefangen mit 17 und mit 21 beendet. Wir wussten eh, dass du ihn nicht durchziehst. Aber ich habe da die Theorie Stunden durchgezogen. Aber in der Zeit war ich auch zu klasse und den Gameplay-Fieber, weiß. Waren die Stunden dann eigentlich noch gut geschrieben später? Ich glaube schon, aber ich war zu faul den Zettel dazu. Ja, das ist ja auch anstrengend. Eine Zelle habe ich auch verloren, glaube ich. Die Theorieprüfung musst du... Aber bei Fischer Academy musstest du nicht die Theorieprüfung machen. Nee, weil ich doch die Theorieprüfung in München schon gemacht habe. Achso, stimmt, stimmt, stimmt. Ey, das war auch so ein Eck, Digga, Theorieprüfung. Weil ich einen Tag davor erst angefangen habe zu drehen. Ich hätte so gerne lange laufen, Digga. Digga, wirklich, jetzt langsam stresst es mich, dass ich es nicht habe. Nein, er liegt da. Hitmarker. Boah, immer noch deine Ecke, du freche Schein. Boah, Digga. Nein. Und das ist dann One-Shot. Das ist so random, wirklich. Schnell weg, schnell weg. Alter, Marcel, ich habe die so geraped gehabt. Einer ist irgendwo hier hinten im Spawn-Fresser. Oh mein Gott. Oh, und Mann, jetzt genau packt er die Scheiße aus. Ich habe nie gelernt, wie man die Sense einfach so auspackt. Habe ich einfach nie gelernt, Digga. Wurde mir nicht beigebracht. Warte mal kurz. Wie, wie, was Sense auspacken? Man kann die Sense anders auspacken. Man kann die Sense schneller auspacken, dass die Animation nicht da ist. Echt? Ja, aber ich habe es nie gefunden. So war es ja nur Pro-Game in dem Game. Ja, ja, ich habe keine Ahnung von sowas. Wirklich, Anton. Wenn ich zähle, wenn jeder Hitmarker ein Kill wäre, ne? Dann, du, Digga, ich spiele richtig stark. Er ist ja geglitcht, das heißt, er ist hier irgendwo. Aber er hat jetzt auch die Übersart geraped in den letzten drei, vier Minuten. Ja, das ist leider meine Schwächste hier. Boah. Oh, mein Gott, Digga. Komm, wir müssen noch gewinnen, Marcel. Digga, wie gut du spielst, Kran. Stimmt, wir müssen gewinnen, stimmt. Nein. Jetzt bin ich, weil ich gleich das Vieh fraß. Nein, jetzt habe ich gejoked. Drei Tore hintereinander, Digga. Das geht auf meine Kappe, das ist bei dir. Ich rush einfach. Ja, das ist halt wirklich krass. Anton, wirklich. Ey, ich habe noch nie so viele Hitmarker in einem Video verteilt. Das ist doch gestört. Ich bin letzter, ich bin so in Fischkopp. Aber er hat auch halt auch scheiß Kinetic mal. Achso, wie oft brauchst du zwei Schüsse für die Gegner? Schon, auch. Aber ich komme nie zum zweiten Schuss, weil die so gut sind. Ja. Okay, Leute. Wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst ein Like da. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Letzte Runde war jetzt nicht so optimal. Check auf jeden Fall Antons Kanal ab. Dann machen wir das auch mit Schautern zu machen, wie bei dir zum Beispiel mit LMG oder so. Das schauen wir dann spontan, ne? Okay, also Schautaut vorbei. Haut rein und ciao.